Hach, man sieht mich sogar. Heiliho miteinander, das schöne Vertiko hier habe ich vom Sperrmüllhaufen gerettet. Jetzt schauen wir mal, ob ich es hinkriege, auch noch so weit zu retten, dass man sich wieder in die Wohnung stellen kann. Obwohl, so schlicht ist es ja eigentlich gar nicht. Es hat keine Furnierschäden, es hat auch noch niemand probiert, irgendwie, es hat keine Furnierschäden, stimmt nicht ganz, aber da kommen wir gleich drauf. Also, es hat noch nicht irgendwie, möchte gerne Restaurator, wozu ich mich jetzt natürlich auch zähle, irgendwelche Furniersachen da, einfach mit dem Locheisen ausgestemmt und irgendein anderes Furnier reingeklebt, das ist alles so weit nicht. Ist doch alles grob, oder ist doch alles das Originalfurnier, steht auch noch gut da. Schallack ist auch noch großteils drauf. Das einzigste ist, wir haben hier ein paar Risse in den Türen, da werde ich mich jetzt gleich drum kümmern. Dann gucken, dass ich die Türen wieder irgendwie da rein kriege, obwohl, ich weiß ja wie es funktioniert, aber halt die Messingbeschläge wieder fest schrauben, gucken, dass die wackelfrei sind und dann mal sehen, was mir noch so alles auffällt. Aber das seht ihr dann halt jetzt alles im Video oder vielleicht mache ich auch mehr Teile raus. Das sehen wir dann. Viel Spaß beim Zusehen und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare. Bis später. Sieht man. Hier. Da ist jetzt leider Gottes ein Riss und doch ein Furnierschaden. Der zieht sich durch, weil sie irgendwann mal früher hier probiert haben, wir nennen es mal Leimholzplatte herzustellen und die ist jetzt durch die Jahre gerissen. Ja, ich würde sagen, ich probiere jetzt erstmal hier, na, wie heißen sie? Viertelstäbe. Danke. Viertelstäbe abzumachen, dass ich die Platte da rauskriege, in der Hoffnung, dass die einfach da nur reingepackt ist und nicht nochmal zusätzlich verleimt, kann ich die Platte vernünftig leimen. Ja, und dann haben wir hier noch so ein paar andere Kleinigkeiten an der Tür. Hier oben, wo das Scharniersitz ist, ist was rausgebrochen. Da muss ich mal gucken, ob ich es nur einfach beischleife oder ob ich das auch noch auffülle. Und hier ist auch den jetzt abgebrochen. Den werde ich aber einfach nur so festbleiben. So. Wir fuschen uns da mal einen hin. Wenn ihr jetzt nicht merkt, wie die Dinger waren, klinkt es in die Hülle rein. Legen wir den erstmal dort hin. So. Da haben wir doch jetzt das gute Stück. Trim, trim, trim. Seht ihr das schon, komm, ich krieg das Nudel nie wieder zusammen. Du warst dort. Du warst dort. Du warst hier. Und erstmal Platz. Bin ich mir sicher, dass ich alles habe? Ja. Na, guck ich an. Das gut geht. Das gut geht. Okay. Okay. Eins ist zu. Dann kann das jetzt trocknen. Während das trocknet, mache ich die andere Tür. Dabei müsst ihr ja nicht zuschauen, oder? Einmal Klebeband drunter. Füllen sie unter der Tiefe des Kohlens. Wir füllen die Zwiebeln. Wie zum Schluss geliebt. Füllen sie nachdem. Wir füllen die Zwiebeln. Wir füllen die Zwiebeln. Sie haben hier auch noch einen Knopf. Es fehlt noch's. Dann werden Sie quasi da. Ich gebe das nicht. Dann lassen wir das jetzt mal alles trocknen, dann sehen wir uns später wieder. Bleibt trocken, das stimmt auch, dann einmal wieder umgedreht, du nach da, du nach dort und du nach dort. Und gucken wir mal, ob das jetzt hier funktioniert hat. Nicht schön, aber selten. Bevor ich jetzt mein Puzzle durcheinander bringe, bauen wir erstmal die Tür wieder zusammen. Sock, sock, sock. Sock, sock. 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 Das war's für heute. Das sieht doch fast schon wieder gut aus. Das war's für heute. Das war's für heute.